Hallo Leute und wir melden uns wieder zurück bei Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 2, wer will die Fotze? Wir, das sind ich und Raffi. Ja, Raffi. Ja. Wir spielen wieder Horst, nicht Horst. Horst. Ja, wir spielen eine Runde Horst. Ich, ich hab den letztmal genommen, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht schlecht, aber ich will jetzt keinen Doppel nehmen, deswegen nehm ich jetzt mal den Mongo, den nehm ich jetzt mal. Es sieht besser aus so. Darfst du dir noch was aussuchen? Ich will jetzt mal den Cheater. Ja, nimm mal den ruhig. Ein bisschen Abwechslung rauskommt. Das hat Ähnlichkeiten, oder? Nee. Ähnlichkeiten. Also falls ihr euch das Raffi das Raffi damit meint, der hat gerade so eine Mütze auch von mir und dann... Warte, nach links muss ich das drehen auf dem, ne nach hinten. Ja, so. Das passt schon irgendwie. So. Jetzt ist doch okay. Ich hab was Rotes an, aber der hat die Kurs. Dann mag mir das okay. Ist jetzt egal. So, warte. Venice Beach, California. Wo ich dann mal fahre. Ich hasse diese Strecke auch wie die Pest. Diesmal nehmen wir... Angelo Mert. Nein, diesmal nehmen wir nicht Angelo Mert. Wir nehmen jetzt... Ich würd sagen, wir... Keine Sönwörter. Ich würd sagen, wir nehmen mal der Gerät. Oder... Der Gerät? Ja, ja, ja. A, E brauchen wir, weil wir kein E haben. Schreibt man das so? Der Gerät, ja, ja, ja. Ja, glaub ich schon. Schreibt man das nicht E A? Nein, A E A. Echt? Ja. Sonst heißt der Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Ja, das wär dann für den Gewinner besser. Ah, wir machen das so. Komm, wir machen das, äh, warte mal. Wo ist das H? Der Gerät. Der Gerät, T. Der Gerät. Nein, dann T E am Ende. Der Gerät. Der Gerät, T. Der Gerät, T. Der Gerät, T. Der Gerät, T. Ich spiele es aussprechen. Der Gerät, T. Genau, so. Spucken jetzt ganz links. Alter, Alter, ich ne Fresse. Der ist doch nicht. Uuuuh, 5.000, 5.000, 53.000. Alter, dein, ich ja voll der Bob Maria vom... Boss. Nur so, das ist nicht gespielt. Das ist nicht immer so, dass... Ja, es ist nicht gespielt, dass ich... Dass ich immer gewinne und dass Raphael so schlecht ist. Ja, in diesem Spiel... Scheiße. Ja, in diesem Spiel kommt Raphael irgendwie gar nicht klar. Aber... Und ich bin auch nicht wirklich gut in dem Spiel. Also, wenn ich gegen andere antreten würde, würde ich sowas von verkacken. Und... Ja, das war... Ja. Och. Gerle. Ich muss halt gucken, ob das... Das war schlecht. Ne, das war doch nicht schlecht. Okay, das war ziemlich gut. Respekt. Respekt, du Alter. Freutz und Freutz. Ah, ich glaube, das wäre zu eng. Ich glaube, das wäre zu eng. Aber... Nein! Scheiße! D gegen D. Scheiße. Eigentlich hätte ich es fast geparkt, Mann. Fast hätte ich es geparkt, Alter. Also, hier wird es... Hier ist halt Herder. Null Punkte. Genau. Mann! Mist! Alter Schwede. Ja, okay. Das war halt schlecht. Aber das lässt sich toppen. Es geht noch härter. Auf die Fresse, jetzt hast du gesehen, wie gerade es geht. D gegen D. Ernst des Lebens. Was? Sterbens... Ernst des Lebens. Achso, ich habe verstanden. Sterbensleben. Ja, Sterbensleben. Uuuhuuhu. Drei tausende Ehefünfzig. Bäm. Bäm's! Muss ja den richtigen Moment machen. Das war ja schlecht. Ja, aber trotzdem noch. Trotz ein bisschen zu wenig. Ehe zu wenig. D gegen D. Seaside Handrail. Ich weiß nicht. 3196 Punkte. Ähm, was machst du? Falsche Taste. Overcrock. Overcrock. Da stand Crock. Da war es eher weg. Da stand Crock. Da war Overcrock. Da stand Overcrock. Alter, da gibt es gar nicht dieses Geländer. Das ist da hinter dem Ding. Jetzt nimmt er sich aus. Sein Name. Fuck, Alter. Scheiße, Nosecoresquitch. Mann! Geist doch. Nein, da gibt es sonst so ein Geländer. Und dann kann man da hochgrinden. Und dann kann man da voll krasse Punkte machen. Hä? Du Bitch, grind doch! Zu Jude. Scheiße! Nein! Scheiße! Ja. Leere mich, wie das geht. Alter, macht er mich... Der macht irgendwie mit seinen 524 Punkten Kalt, Junge. Danke für die Anleitung. Bitte. Wo hast du deine Finger irgendwie getraut? Du bist immer irgendwo anders. Ja! Tor! Warum schrei ich jetzt? Das weiß ich nicht. Streng dich mal ein bisschen an, Junge. Ja, vor allem. Ich lege du nicht auf Fress. Ja, ungleich spiele ich es. Sie spiele ich für. Hä? Muss ich da lang? Um diesen Moves zu machen, oder bin ich nicht? Ja, du musst da lang. Was ist schwindig, hä? Schluss. Das tust du dir die ganze Zeit über. Was soll der Scheiß? Punkt! Das ist kein Punkt! Das war grandios! Nicht! Ich verkack das nicht, Junge. Ich mach dich kalt, zieh es dir rein. Was? Juhuuu! Oh, Mongo! Bium! Ja! Hä? Alter, wie geil ich nicht gemacht habe. 26.202 zu 0. Der hat nicht gecheatet. Der hat nicht gecheatet. Das ist halt die unrealistische Seite von Tony Hawk's Pro Skater. Glendor. Dein Sack hängt am Glendor. Oh, ist immer ganz witzig. Woher hat er gesagt? Ah! Oh, Schwanz. Ich bin der Gere. Der Gere. Ich hab das jetzt ein Wunder gemacht. Okay, das war scheiße. Das war doch wichtig sogar. Das war scheiße. Das war jetzt ein Wunder, wenn ich dich jetzt. Und das ist der Wahrheit. Ha! Ich würd sagen, krieg mal ein bisschen los, oder? Okay. Ja. Das war blamagenhaft. Das war eine Blamage, aber richtig, Junge. Eigentlich wollte ich ja nicht so drumrum greiten. Ich... Mann, schon wieder genau die gleiche Scheiße. Soll es sich gegen dich spielen? Ja, ich denke, ich bin neiner der Pros. Bin überhaupt nicht gut in dem Spiel. Ja, ich bin neiner der Pros. Guck mal hier, 57. Das muss ich jetzt schaffen. Jetzt hab ich mich. Scheiße, ich wollte das so viel. Ich wollte das so viel. Ich wollte das so viel, Mist. Der auch. Gegen der Geräte. Und jetzt da hinten siehst du es. Ich seh es. Äh, 101. Scheiße. Das war scheiße. Das war scheiße. Wenn ich jetzt auf die Fresse fliegen würde, ich weiß nicht, ich würde. Das ist scheiße. Du Ober-Äh-Äh-Zicker. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Was? Ich hatte doch vorher 800. Hab's vergessen. Nein, jetzt kommt wieder die Scheiße. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Das Grine ist ja bestimmt nicht schön. Ich wusste es doch. Aber Alter, warum machst du so scheiße? Bemühe dich doch wenigstens. Alter. Der Gerät. Der Gerät. Ja, null. Bitch, come back. Ja, schäm dich. Du bist ein Horst und Gerät. Ich bin ein Horst und Gerät. Und auch gleichzeitig noch was. Ohne Angelo mehr. Du bist ein Horst und Gerät. Ich bin ein Horst und Gerät. Alter. Okay. Wir wissen es, ich hab's verhaue. Wir haben die nächste Folge. Wer wird die Fotze hinter uns? Dieses Mal hab ich wieder gesiegt. Wow. Wer hätte es gedacht? Toll. Ja, das war gut. Er hat drei Punkte gemacht. Beziehungsweise ich hab drei Punkte verhauen. Aber steig dich mal beim nächsten Mal an, ja? Ich will dich immer jedes Mal gewinnen, sonst ist der Part. Angweilig. Mach mal wie Mann, mach die Schule. Mach die Schule, das Beste. Die Schule willst du? Ja, war das die Schule. Das war nicht die Schule. Mach einfach noch einen Videopartee. Ich will jetzt keine Schule machen. Die Schule? Ja, die Schule. Die Schule gehen, Alter. Okay. Also, ihr habt's gerade gehört, glaube ich. Raphael will das nächste Level in der Schule machen. Er will das Level gleich dranhängen. Also, werde ich jetzt mal einen Cut machen an der Stelle. Und beim nächsten Part sehen wir uns dann in der Schule wieder. Bäh, dieses Wort. Ja. Weil das anders nennen wir es gut. Ja. Was soll's Hell nennen? Ja. Hell in a Cell zum Beispiel. Also Leute, bis dann. Ich verabschiede mich. Ciao. Und Raffi ist... Jo, bis dann. Ciao.